Heute in Berge im Porträt. Der Berg, der geschichtlich für Aufsehen sorgte, der so unscheinbar ist, aber trotzdem weltbekannt. Der Berg, dessen Name definitiv Programm ist und ihn auch nur deshalb trägt. Heute geht es um den Broad Peak. Der Broad Peak. Mit 8051 Metern liegt er ganz im Osten Pakistans in der Region Gilgit-Baltistan. Gleich ums Eck bei ihm, in der Gebirgskette des Karakorums, liegen auch der K2, der Gashabrum I und der Gashabrum II. Alles Berge, die die 8000 Meter Marke überschreiten. Trotzdem ist er alles andere als unscheinbar, denn seine Form ist wahrlich spannend und bezeichnend, weshalb auch sein Name mehr als nur logisch und sinnvoll ist. Erstmals versucht wurde der Broad Peak vom berühmten Expeditionsleiter Karl-Maria Hernekoffer. Der Broad Peak war einer seiner ersten organisierten Expeditionen zu einem 8000er und was er nicht wusste, auch die Fortsetzung seiner großen Karriere, der Misserfolge und Verzweiflung und der Erfahrung mit Bergsteigern, die so viel besser waren als er in der Einschätzung der Berge. 1954 versuchte er mit einer militärisch und logistisch groß angelegten Expedition den Broad Peak als erstes zu erreichen. Jedoch scheiterte dieses Vorhaben bereits auf einer Höhe von 6900 Metern. Nur drei Jahre später, im Juni 1957, versuchten ganz andere Bergsteiger es mit einer ganz anderen Idee. Im sogenannten Alpinstil versuchten sich Markus Schmuck als eine Art Expeditionsleiter, Hermann Buhl, der bereits den Nanga Parbat erst bestiegen hatte, Fritz Wintersteller und Kurt Dienberger am Broad Peak. Am 29. Mai 1957 erreichten sie bereits den Vorgipfel des Broad Peaks. Da sie ihn jedoch etwas anders einschätzten, mussten sie aufgrund der enormen Länge, die es bis zum Gipfel noch zu bewältigen galt, wieder umkehren. Am 9. Juni jedoch gelang ihnen letztlich die Erstbesteigung des Broad Peaks und das komplett ohne Flaschensauerstoff oder Hochträger. Damit war in der Szene der Alpinisten ein neuer Meilenstein und eine Marke, an der sich alle weiteren Bergsteiger messen lassen konnten, festgelegt. Denn der Alpinstil ist auf den 8000ern bis heute eine Art heiliger Gral, der nur selten berührt wird. Der Broad Peak trägt seinen Namen aus einem guten Grund. Er ist durchaus breit. So breit, dass sich der Gipfelgrad allein, der über nur noch wenige Anstiege und Gegenanstiege verfügt, über einen Kilometer lang zieht. Auf dieser Höhe ein gewaltiges Hindernis, auch damals für die Erstbesteiger. Denn bei dem extrem langsamen Tempo durch die Höhe ist ein Kilometer Strecke nicht in Minuten, sondern in Stunden zu bewältigen. Doch der Broad Peak ist durch seinen Gipfelgrad auch ein durchaus komplexer Berg. Weniger in seiner Route, sondern mehr in seinem Aufbau. Der langgezogene Gipfelgrad verläuft relativ eindeutig von Nord nach Süd. Oder von Süd nach Nord. Von der Seite betrachtet steht ganz im Norden der Nordgipfel. Dieser gehört mit 7.490 Metern nicht zu den 14 höchsten Bergen der Welt. Südlich davon befindet sich der Broad Peak Central. Dieser ist mit 8.011 Metern bereits ein 8.000er, aber interessanterweise kein eigener 8.000er. Dazu gleich nochmal mehr. Nochmal ein Stück südlicher befindet sich der Broad Peak Hauptgipfel. Mit 8.051 Metern ist er der höchste Punkt auf diesem Berg und der offizielle Gipfel des Broad Peaks. Mit dem Broad Peak Central hat es aber eine interessante Geschichte auf sich. Schließlich zählt er als eigener Gipfelpunkt und wäre damit eigentlich der 15.8.000er. Tatsächlich aber hat man sich darauf geeinigt, dass Berge, um als eigenständige Gipfel gewertet zu werden, 500 Meter Schadenhöhe haben müssen. Das ist beim Broad Peak Central und dem Broad Peak Main Summit eben nicht gegeben, da hier nur 200 Meter Schadenhöhe vorliegen. Sollten die Bemessungsgrundlagen für eigene Gipfel aber eines Tages ungedacht und dementsprechend abgeändert werden, gibt es mehr 8.000er, als es hier heute gibt. Doch eine Frage bleibt einem Bergsteiger in Bezug auf die Geschichte des Broad Peaks ja eigentlich schon. Während die meisten 8.000er große Expeditionen brauchten, gelang es am Broad Peak einer kleinen Gruppe ohne viel Logistik den Berg erst zu besteigen. Wie kann das sein? Tatsächlich ist der Broad Peak kein äußerst dramatischer und aufregender Berg, wenn man sich den Normalweg anschaut. Dieser verläuft durch die Westflanke am Westgrad entlang. Der erste interessante Zwischenstopp ist der Vorgipfel, der sogenannte Falls Summit. Dieser liegt auf 8.028 Metern. Falls Summit auch deshalb, weil er durch die Perspektive mit Blick auf den Hauptgipfel tatsächlich höher wirkt als der Hauptgipfel selber, unterscheiden ihn aber doch stolze 23 Meter und vor allem ein halber Kilometer über den vereisten Grad. Der Broad Peak gilt als einer der trivialeren Gipfel für kommerzielle Expeditionen. Trotz allem ist ein sicherer und leidensfähiger Bergsteiger gefragt, denn er ist nicht der leichteste 8.000er und natürlich immer noch ein 8.000er mit allen seinen Tücken. Trivial ist aber vor allem die Einrichtung der Wege für die Kunden, da hier sehr viel sehr leicht gelöst werden kann und dadurch der Aufstieg für die Kunden leichter ist. Außerdem sind die objektiven Gefahren durch das frühe Ausweichen auf den Grad deutlich niedriger als auf umliegenden 8.000ern. Jedoch ist nicht immer nur der leichteste Weg interessant. Gerade am Broad Peak zogen sich interessante neue Wege und Varianten bis in die letzten Jahre. Die Zeit der Möglichkeiten ist dort also definitiv noch nicht vorbei. 1982 zum Beispiel waren der berühmte Bergsteiger Jesse Kukutschka und Wojcek Kurtyka bereits schon mal auf dem Gipfel, hatten dafür aber eigentlich gar keine offizielle Erlaubnis. Ironischerweise begegnete ihnen beim Abstieg Reinhold Messner, der nach ihrem Gipfelerfolg letztlich fragte. Kukutschka und Kurtyka baten jedoch um Stillschweigen seitens Reinhold Messners, da ihr Permit für den K2 eben nicht den Broad Peak inkludierte. Reinhold Messner hielt Wort. Offiziell bestiegen haben sie ihn demnach an diesem Tag aber nicht. Deshalb kamen sie zwei Jahre später wieder und bestiegen dann den Broad Peak über den von ihnen erstmals überwundenen Weg der kompletten Überschreitung. Dabei gelang ihnen der Nordgipfel, der Mittelgipfel und der Hauptgipfel in einem Ruck. Über die Zeit gab es immer wieder neue Ideen, den Broad Peak interessanter zu gestalten. Auch die Winterbesteigung einer polnischen Expedition 2013 verlief erfolgreich, wurde jedoch durch das Verschwinden zweier Bergsteiger des Teams auch überschattet. Insgesamt gilt der Broad Peak als einer der unaufregenderen Achttausender. Vor allem, weil ihm das Drama, die Superlative und die mediale Präsenz ein wenig fehlen. Gleichzeitig wird er oft als einfacher Achttausender verkauft, was die Expeditionen vor Ort sprudeln lässt. Trotzdem ist er im Vergleich zu den nepalesischen Achttausendern immer noch ein etwas ruhigerer Ort, da auch an diesem Berg, wie an vielen im Karakorum, die Anreise allein schon zwei Drittel des Abenteuers bedeutet. Und zuletzt sollte man natürlich immer erwähnen, dass die kleine Truppe von Diemberger, Buhl, Schmuck und Wintersteller eine Leistung vollbrachte, die bis heute als eine der alpinistisch größten Leistungen bei den Erstbesteigungen der Achttausender gilt. Denn immer wieder kehren auch Teilnehmer fixer kommerzieller Expeditionen aus aller Welt nicht mehr vom Broad Peak zurück. Wie auch 2013 eine deutsche Bergsteigerin, die letztlich ausrutschte und dadurch über einen Gletscherbach eingeschlossen und nur noch tot geborgen wurde. Der Broad Peak ist ein unaufgeregter Achttausender, den aber definitiv jeder näher kennenlernen sollte. Vielleicht ja auch genau deshalb. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, denkt bitte daran, dass ich mich sehr über eine kleine Unterstützung unter dieser Einblendung hier freue. Ihr helft damit, das Projekt Alpen Academy weiterhin am Leben zu halten. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Bis zum nächsten Mal.